Du fragst Dich, wo ich sein soll? Du fragst Dich, ob es mich wirklich gibt? Sprich einfach mit mir und ich selbst werde Dir antworten. Mache Dich auf den Weg, mich zu suchen und ich werde mich von Dir finden lassen. Das verspreche ich Dir. Ich warte auf Dich. Schon lange. Worauf wartest Du? Ich habe einen guten Plan für Dein Leben. Ich will Dein Bestes. Sprich mich mit meinem Namen an. Mein Name ist Jesus. Rufe nach mir. Ich bin Gott. Ich bin Gott. Untertitelung des ZDF, 2020